Liebe Wählerinnen, liebe WählerInnen und Parteimitglieder, wie machen die externen Reformer ihr Leben viel gesünder und länger, reicher und glücklicher? Ja, aber vorab bitte erst einmal hier unten rechts schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, externe Reformer, heute will ich mal fünf davon mitbringen. Wir haben 17 Vorgeschlagene im Moment, die wir vorschlagen und natürlich sollten die Parteien und die Basis der jeweiligen Parteien noch weitere Leute vorschlagen und dann auch das Ganze über Konsensieren und Abstimmen auch wieder eingrenzen. Aber ich habe heute mal mitgebracht im Gepäck die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, die jüngere Schwester von uns, den nextscientistsforfuture.de, die wir sozusagen die ältere Forschungslinie sind beim Thema gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnungen. Und dann haben wir Nico Pech mit seiner Postwachstumsekonomie mit dem Thema Degrowth, wo es um Konsumsuchtfrage auch geht. Und Professor Hans-Werner Sinn, der ehemalige, der alt 68er sozusagen, und seine Inspiration auch zum Thema, wie können wir die sozialste aller sozialen Politiken machen, die linkeste aller linken Politiken machen, nämlich null Arbeitslosigkeit erzeugen. Und Ottmar Lattov, ein linker Aktivist sozusagen, der allerdings mittlerweile der Antifa nicht mehr radikal genug ist und da jetzt kritisiert wird zum Thema Matriarchatsforschung, können wir dann kurz sprechen. Aber erst einmal fange ich an, wie wollen denn die externen Reformer jetzt die nextscientistsforfuture als eine dieser fünf von 17 ihr Leben viel gesünder und länger machen? Also, die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, der nextscientistsforfuture, verwandelt sozusagen, gibt erst einmal jedem die Erlaubnis, eine Hausarztpraxis oder Hausarztersatzpraxis aufmachen zu dürfen. Auch jedes Altenpflegeheim wird umgewandelt in eine Hausarztersatzpraxis und die Pflegeheimleitung sozusagen ist die Teamleitung und alle Mitarbeiter, alle Hausarztersatzpraxen werden nur noch belohnt, und je gesünder sie als Wählerinnen und Parteimitglieder sie sich gesundheitlich entwickeln. Das heißt, der Hausarzt, der Hausarzt, die Alten- und Pflegeheimleitung, die Hausarztersatzpraxis, alle haben nur noch, alle im Gesundheitswesen haben nur noch ein einziges Ziel. Wie können sie ihr Leben gesünder machen? Und Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege heißt auch, dass auch alle Supermarktleiter oder Marktleiter nur noch ein Ziel haben. Egal, ob sie ein Biomarkt sind, Alnatura oder Aldi, Lidl und Rewe und so weiter, alle, jeder einzelne Marktleiter kriegt nur noch dann, verdient nur noch dann am meisten und kann sich im Wettbewerb halten, beziehungsweise kann im Wettbewerb überleben, dann, wenn es ihnen bewiesenermaßen besser geht, sie gesünder und länger leben. Das heißt, und wie könnte man das technisch machen? Technisch gibt es ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel eine, an die wir immer auch, über die wir gerne diskutieren möchten, ist dann auch die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, weil damit sozusagen ihr, sie natürlich, wenn sie sich nicht gesund fühlen, geben sie natürlich schlechtere Wohlfühlstimmen ab und so können wir dann also die Belohnungen an die Hausarzt-Ersatzpraxen und an die Lebensmittel-, also die Supermarktleiter, die Marktleiter sozusagen und die Restaurantleiter natürlich, die dann dazugehören sollten, also wo dann vielleicht jeder Marktleiter sucht sich bei den umliegenden Restaurants seine Partner sozusagen, die dann auch das Gemüse und Obst zum Beispiel verwenden aus dem Markt, sodass es dann so Gesundheitspartnerschaften gibt, sodass sie wissen, aha, jetzt bin ich hier beim Restaurant, was weiß ich, Rewe-Klodwig-Platz oder so, ja, dann sozusagen und alle kriegen nur dann, verdienen dann am meisten, wenn ihre Wohlfühlstimme besser wird und die aller anderen Kunden, und man könnte die Gesundheitsdaten erheben, also man könnte vier Datenbereiche nehmen, Wohlfühlstimmenbereich, also Wohlfühlen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Reichtumsdaten, damit sind wir schon bei den Fragen zwei und drei auch insgesamt, ja, ich bleibe aber erst einmal bei Gesundheit und längerem Leben, also das heißt, liebe WählerInnen und Parteimitglieder, die ja parteiinterne WählerInnen sind sozusagen, die Next Scientists for Future als externe Reformer wollen ihr Leben also viel gesünder und länger machen, in dem wir die gesamte Gesellschaft auf Gesundheitsförderung und Anregung umstellen. Natürlich ist alles freiwillig sozusagen, sie alleine entscheiden, ob es ihnen Spaß macht zu dem Wochenend- und Wochenangebot ihrer Hausarzt-Ersatzpraxis, die sie sich gewählt haben, ihres Gesundheitsteams mit der Gesundheitskommune, mit dem kostenlosen Sportangebot, Tanzen, Singen, Musizieren, gesunde Ernährung, gesundes Einkaufen und, und, und. Ja, also sie allein entscheiden natürlich freiwillig, wie viel sie von diesem fantastischen, kostenlosen Wochenend- und, und Wochen-Gesundheitsangebot sie annehmen wollen und besuchen wollen. Und ich hoffe, dass es dann so viel Spaß macht, ja, Tanzveranstaltungen und so weiter, alles, alles. Und vielleicht wird dann auch die Kneipe am Eck wird angeschlossen sein an irgendeine Hausarzt-Ersatzpraxis. Und ja, und so wird ein Sozialleben entstehen und so weiter. Und vielleicht, ja, bilden sich dann die ersten Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften, in denen die Menschen sozialer und damit auch gesünder leben können und so weiter. Weil ja die Hausarztersatzpraxen jetzt plötzlich riesig interessiert an ihrer Gesundheit werden. Die werden zu ihren besten Freunden, liebe WählerInnen. Und, ja, und haben nur noch eins im Ziel, dass es ihnen möglichst gut geht, ja, und sie gesünder und länger leben, ja. Und, ja, und das, das, dazu fällt passend auch Ottmar Lattoff mir ein. Die Matriarchatsforschung, es könnte ja sein, dass dann einige den Wunsch haben, in einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft nach matriarchalen oder urmatriarchalen Vorstellungen zu leben. Also, das kann man ja später nochmal erläutern. Also, ja, da ist vieles möglich und vieles denkbar, was ihr Leben gesünder und länger machen kann. Und, ja, sie entscheiden, was sie von diesen Angeboten annehmen wollen. Sie entscheiden natürlich auch, ob sie lieber als Single leben, ob sie lieber in einer religiösen Gemeinschaft leben, ob sie in einer Mehrgenerationen- und Wohngemeinschaft leben wollen, ob sie in einer klassischen Familie leben wollen, im Rahmen einer religiösen Gemeinschaft, oder ob sie einfach sozusagen vielleicht in einer matriarchalen Kommune leben wollen, was auch immer. Ja, das bleibt ja ihnen allein überlassen. Ihr Hausarzt-Team berät sie ja nur diesbezüglich bezüglich der Glücks- und Gesundheitsmöglichkeiten. Ja, und dann, wie machen die zum Beispiel jetzt von den, die externen Reformer NextScientistsForFuture.de jetzt ihr Leben reicher? Ja, das ist eigentlich sehr, ist gar nicht weit davon entfernt. Also erst einmal ist es so, stellen Sie sich vor, nur noch 20 Prozent der bisherigen Menschen müssen krank geschrieben werden, weil sie gesünder, fitter, leistungsfähiger sind. Dann werden wir insgesamt ein riesiges Wirtschaftswunder bekommen. Am Ende soll das 500 Milliarden jährlich bedeuten. Daran werden sie natürlich beteiligt. Jeder der WählerInnen und Parteimitglieder, jeder der Berufstätigen wird natürlich beteiligt an diesem Reichtum, ja, sozusagen. Und wir haben ja das Konzept Nullarbeitslosigkeit, also wird am Ende fast jeder berufstätig sein und dann natürlich auch beteiligt werden finanziell an diesem neuen volkswirtschaftlichen Reichtum, der durch viel weniger Krankheitskosten und so weiter entsteht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was das für Gelder sind, wenn dann zum Beispiel ein Teil der Ärzte in die Medizinforschung und Produkteforschung gehen kann und damit die Wirtschaft voranbringt, neue Arbeitsplätze schafft, neue Arbeitsplätze entstehen, teure Produkte an die Welt verkauft werden können und dann sozusagen auch hohe Gehälter für die Mitarbeiter gibt und so weiter. Dann werden Sie dadurch auch wieder reicher und verdienen mehr und bekommen mehr und so weiter. Also die gesamte Gesellschaft wird effizienter. Oder wenn zum Beispiel im Arbeitsamt statt tausend Leuten später in ihrem Arbeitsamt ihrer Stadt nur noch drei Leute arbeiten, nämlich die mit der größten Fähigkeit dafür zu sorgen, dass erst nach Möglichkeit niemand überhaupt noch arbeitslos wird, indem Sie sofort beim ersten Hinweis auf, oh, da könnte Arbeitslosigkeit vielleicht drohen, sofort schon den nächsten Job ins Auge fassen und schon vorbereiten und so weiter und dann die Null-Arbeitslosigkeit realisieren. Ja, und dann denken Sie mal darüber nach, wie viel reicher Sie werden, wenn die Arbeitslosigkeitsversicherungs-Sozialabgaben wesentlich geringer werden, weil praktisch niemand mehr arbeitslos ist und dann eigentlich das Ganze auf Null geschrumpft werden kann. Dann können Sie vielleicht sogar Geld zurückbekommen aus der Arbeitslosigkeitsversicherung oder aus der Arbeitslosenversicherung, weil es praktisch keine Arbeitslosen mehr gibt. Ja, und dann stellen Sie sich vor, wenn dann in all diesen Bürokratien, die alle Bürokratien oder denken Sie daran, wenn Sie sich vorstellen, dass die Polizei, die Rechtsanwälte, die Staatsanwälte und Richter dafür belohnt werden, wenn sie ihr Leben gesünder, glücklicher, geschützter, sicherer und reicher gestalten sozusagen und dann also all diese Bürokratien und diese ganzen Systeme in ihrem Dienste arbeiten und auf ihr Lebensglück und auf ihre Lebenssicherheit hin arbeiten und Kriminalität Richtung Null bewegen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass viele Kriminelle wieder ganz normal legal arbeiten, dadurch werden auch sie wieder reicher. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir den ganzen Polizeistaat und Rechtsanwalt und Staatsanwälte und Richter gesund schrumpfen können, sodass am Ende in den Gerichten nur noch die Richter arbeiten, die wirklich so weise Rechts sprechen, dass niemand mehr kriminell lebt sozusagen und niemand mehr bei ihnen einbricht und niemand sie mehr schädigt oder beraubt oder betrügt oder so, dann werden wir mit ganz wenig Personal in allen Bürokratien, Behörden und so weiter, die werden alle in der Wirtschaft arbeiten, werden dort tolle Produkte mitentwickeln, dadurch werden wir tolle Produkte auf dem Weltmarkt zu teuren Preisen verkaufen können, dadurch werden alle Löhne angehoben werden, weil die Nachfrage nach Mitarbeitern in Deutschland steigen wird, dadurch werden auch sie alle reicher und alle mehr verdienen und so weiter. Und ja, und wie werden die Next Scientist for Future sie alle viel glücklicher machen? Ja, indem eben sozusagen ihr Wohlfühlen, ihr Lebensglück wird zur Grundlage der Ermittlung aller Verdienstzuschüsse an alle Firmen, ja, das habe ich eben ganz vergessen zu sagen, dass natürlich die pharmazeutische Industrie, die Medizinindustrie, die Impfindustrie und alle anderen Industrien nur noch dann überleben können durch Verdienstzuschüsse, die sie bekommen, wenn die Menschen viel glücklicher werden, viel gesünder, viel länger leben, viel reicher werden, wenn dann auch diese, jedenfalls für den internen deutschen Markt, am Ende sich alles gesund schrumpft, überall eine gesunde Landwirtschaft haben und so weiter. Ja, und wenn ihr Wohlfühlen sich steigert, sie immer glücklicher werden, ja, dann sozusagen dann, ja, dann bekommen diese Firmen alle am meisten Verdienstzuschüsse, also alle Firmen und alle Konzerne, die sie früher kritisch gesehen haben, die werden jetzt zu ihren besten Freunden und haben nur noch ein Ziel, dass sie in einer mit sauberer Luft, sauberem Wasser, sauberer Natur sozusagen, ja, den ganzen Tag gesünder, länger leben können, reicher leben können und glücklicher leben können. Ja, das Wohlfühlen ist etwas ganz Besonderes, ganz besonderes Lenkungsziel, die ganze Wirtschaft wird darauf gelenkt, ihr Wohlfühlen als WählerInnen und Parteimitglieder zu steigern. Und jetzt können sie ja noch dann Fragen stellen, was das im Detail bedeuten mag noch und wo sie noch neugierig sind, was sonst noch so geschieht, ja. Ja, das war so der Anfang und vielleicht jetzt gehe ich nochmal auf die Gemeinwohlökonomie ein. Also es geht eben darum, dass die Wirtschaft ihnen dient als WählerInnen, also gemeinwohlorientiert wird. Das haben wir mit unserer jüngeren Schwester der felberschen Gemeinwohlökonomie gemeinsam. Wir haben unterschiedliche Instrumente und wir sehen viele Kritikpunkte, dass die Gemeinwohlökonomie aus unserer Sicht noch nicht ausgereift genug ist, weil die Daten nicht hart genug sind, nicht klar genug gezahlt sind, sodass man darauf keine Wirtschaft bauen kann bis jetzt. Und auch das Problem ist, wissen Sie, liebe WählerInnen, viele stellen sich vor Sie hin und sagen, wir wollen Politik machen mit Ihrem Geld, wir wollen Ihnen Geld wegnehmen und Politik machen für die Menschen in Afrika, so lieb die auch sind, oder die Menschen in Australien oder für die Tiere in aller Welt oder wir wollen Politik machen für irgendwelche anderen Ziele in der Welt und so weiter. Und das ist alles moralisch ganz schön und gut, aber Sie als WählerInnen warten doch schließlich auf endlich, dass Parteien wirklich Ihnen dienen und für Sie arbeiten, für Ihre Gesundheit und Langlebigkeit, Ihren Reichtum und Ihr Lebensglück arbeiten. Und das werden wir den Parteien dringend anraten, sich darauf zu konzentrieren. Denn natürlich verbreiten die NGOs und die Sozialspartler und alle möglichen Gruppierungen lauter vorteilbringenden Irrtümer, die dann in Ihren Gehirnen sie manipulieren, sozusagen durch diese vorteilbringenden Irrtümer wirken in Ihrem Gehirn als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes und zerstören und beschädigen Ihr Denken und versuchen sie zu manipulieren, sodass sie dann dafür stimmen, dass sozusagen die Gelder von Ihnen weggenommen werden und anderen in aller Welt gegeben werden. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen noch so viel gesunden Menschenverstand übrig behalten haben, dass sie gerne ihre Stimme natürlich nur einer Partei geben wollen, die sich um das Wohlergehen der WählerInnen zum ersten Mal wirklich und richtig kümmert und nicht um alles andere in der Welt sich kümmert, sozusagen. Und das ist auch die Gefahr bei der Gemeinwohlökonomie, dass die sich teilweise um alles andere in der Welt kümmern will, aber nicht um sie als WählerInnen. Und wir empfehlen den Parteien ausschließlich sich um die WählerInnen hier vor Ort zu kümmern und sonst nichts, erst einmal. Und was mit der Welt wird und so weiter, darum kümmert man sich auch, aber erst mal nach den WählerInnen. Bei Nico Pech, da geht es um das Thema der Konsumsucht. Er spricht aber so an, weil er hat eher so wieder so eine moralische Forderung oder Wünsche in Richtung Selbstgenügsamkeit, Genügsamkeit, genug ist genug, Suffizienz, ja, so den Konsum zu reduzieren. Er unterschätzt aber, dass unsere ganze Wirtschaft uns alle konsumsüchtig gemacht hat und dass das richtig schwer sein wird. Wir müssen den Menschen, die einzige richtige Strategie ist, gebe den Menschen Lebensglück, damit sie die Konsumsucht weniger brauchen als Ersatzbefriedigungsinstrument sozusagen. Und davon, das fehlt leider bei Nico Pech, diese Fähigkeit, den Menschen mehr Glück geben zu können. Überhaupt sind generell alle, lassen uns viele externe Reformer, würden sie als WählerInnen einfach allein lassen, wenn es darum geht, wenn sie die nämlich fragen, wie machen sie denn mein Leben glücklicher? Da haben die keine Antwort. Ja, das Glück, also ihr Lebensglück, ja, da müssen wir sie allein lassen mit. Das überlassen wir ihnen alleine. Ja, das ist der falsche Weg. Die Wirtschaft muss gelenkt werden in Richtung Glücksförderung für sie als WählerInnen, ja. Sonst tut sie es nicht, sonst schadet sie ihnen, ja. Denn wir müssen die Wirtschaft belohnen dafür, dass sie Gutes für sie tut, anstatt wie bisher ihnen immer nur Schaden zuzufügen, ja. Und ja, matriarchale Kommunen habe ich ja schon als mögliche Glücksquelle erwähnt, weil es eben Hinweise gibt aus der Forschung, dass wir eigentlich sozusagen ähnlich wie die matriarchalen Bonobos auch matriarchale Tiere von Ursprung aus sind. Das heißt, das würde bedeuten, dass unser größtes Glückspotenzial in liebevollen matriarchalen Kommunen liegen würden, also in dieser Variante von Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften liegen würde. Aber das entscheiden sie ja selber, ob sie sowas ausprobieren wollen und ob sie dann sozusagen gucken wollen, ob sie die vorteilbringenden Irrtümer aus ihrem Gehirn rausschmeißen können, die parasitären Meme, die Killerviren des Geistes, die sie bisher sozusagen zu so etwas unfähig gemacht haben, zu solchen urmenschlichen Lebensweisen sozusagen. Das entscheiden sie aber alles selbst natürlich. Freiwilligkeit steht über allem. Ja, und vielleicht jetzt noch zum Schluss hier Prof. Hans-Werner Sinn, wie, in welche Richtung gehen seine Vorschläge, Null-Arbeitslosigkeit zu erzeugen. Ja, es gibt eben fünf Pfeiler der Arbeitslosigkeit. Also fünf Sachen frei nach Prof. Hans-Werner Sinn, dem berühmtesten Volkswirtschaft, dem ehemaligen 68er-linken Denker sozusagen, gibt es fünf Faktoren für die Arbeitslosigkeit. Erstens der Mindestlohn. Denn Mindestlöhne sorgen dafür, dass Menschen, die etwas niedriger qualifiziert sind, einfach überhaupt keine Chance mehr bekommen und auf das Abstellgleis quasi letztendlich als Kundschaft für das Arbeitsamt und die Sozialspartler sozusagen abgeschoben werden in die Dauerarbeitslosigkeit. Prof. Sinn sagt ja, wir müssen den Menschen ein Mindesteinkommen bieten, also dass sie sozusagen ihr Überleben gesichert ist durch den Staat, aber nicht einen Mindestlohn, sodass also, ja, jeder gucken kann, jeder kann auch, jeder darf auch für einen Cent pro Stunde arbeiten, für einen Euro die Stunde, völlig egal, wie es der freie Markt ergibt und wie jeder Lust hat, sozusagen, dadurch werden ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen, jeder wird irgendwo unterkommen und wenn nicht in einer ehrenamtlichen Einrichtung und die Behinderten werden und wenn sie nur zwei Stunden am Tag mit einer Hand eine kleine Zureichung machen, dann werden sie sich trotzdem seelisch wohler fühlen und glücklicher fühlen, wenn sie Teil der arbeitenden Gesellschaft sind und mitwirken können und wenn es nur noch als Behinderte oder Kranke nur ganz wenig ist, aber jeder so, wie er kann und so weiter, dann werden alle Menschen glücklicher und in Arbeit sein und wie gesagt, der Mindestlohn ist ein Hauptfaktor der Massenarbeitslosigkeit erzeugt und jetzt ist die Frage an Professor Sinn, die wir ihm stellen sollten, ja, wenn doch schon der Mindestlohn Massenarbeitslosigkeit fördert und erhält und begünstigt und quasi den Vorteil bringenden Irrtümern der Sozialsparten und der Arbeitsamtmitarbeiter entspringt, nämlich so nach dem Motto, ja, Mindestlohn ist eine ganz tolle soziale linke Geschichte, in Wirklichkeit ist es eine unsoziale nicht-linke Politik, die dazu führt, dass die Leute verwahrlosen in Massenarbeitslosigkeit und Dauerarbeitslosigkeit, auf dem Abstellgleis landen sozusagen, dem Dauerabstellgleis landen, ja, dieser vorteilbringende Irrtum, das sei alles soziale Politik sozusagen, der führt eben dazu, dass die Arbeitsamtmitarbeiter und die Sozialspartler mehr Karriere machen können, ja, und, und, ja, und an Professor Hans-Werner Sinn müssen wir die Frage stellen, ja, wenn schon der Mindestlohn Arbeitslosigkeit zementiert, dann machen das ja die Tariflöhne und die Gewerkschaften noch viel mehr, ja, denn auch dort ist ja so, wer nicht Leistungs, die Leistungsfähigkeit hat und den Tariflohn nicht wert ist, der kann ja dann von den Unternehmen nicht eingestellt werden und wird auch wieder der Dauerarbeitslosigkeit unterlassen, in den Tariflohnbetrieben sozusagen, also müssen wir doch eigentlich, wenn ich Professor Hans-Werner Sinn, wenn man den mal überinterpretiert, dann müsste man doch sagen, wir müssen diese drei Säulen der Arbeitslosigkeit beenden, weil sie unsoziale Politik sind, Pseudo-linke Politik waren, in Wirklichkeit nur den Vorteilen der Sozialspartler und der Arbeitsämter und so weiter gedient haben, ja, nämlich wir müssen Mindestlohn abschaffen, sofort Gewerkschaften abschaffen, dadurch werden auch wieder viele Arbeitskräfte frei, die dann, und Räumlichkeiten frei, die dann wieder der Wirtschaft dienen, wo dann wieder neue Arbeitsplätze entstehen, wo die an der Wirtschaft mithelfen, wir wieder ein Wirtschaftswunder bekommen, sie wieder reicher werden, also wir schrumpfen einfach unnötige Dinge gesund, also Mindestlohn verschwindet, Gewerkschaften verschwindet, Tariflöhne verschwindet, Mindesteinkommen bleibt, sodass sie immer geschützt sind, aber eben nicht Mindestlohn, sondern Mindesteinkommen, ja, und dann nehmen wir noch die zwei letzten Säulen weg, das ist dann, ja, in erster Linie die Verwöhnung, ja, und da gibt es ja zwei Pfeiler der Verwöhnung, zwei Grundbasispfeiler der Verwöhnung, die Idee eines riesigen, bedingungslosen Grundeinkommens, das die Menschen darin verführt, auch so, naja gut, in der Arbeitslosigkeit kriegst du doch so viel, dass du doch auch, bleib doch einfach arbeitslos, sozusagen, genauso ein großes, großzügiges Hartz IV, wir haben ja berechnet, dass der Mensch, um alles zu haben im Leben und geschützt zu sein, viel, viel weniger braucht, als das, was im Moment Hartz IV ist, das beruht eben auch auf den Vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler, so nach dem Motto, die Leute verhungern uns ja, wenn wir sie nicht überschütten mit möglichst viel Geld, das müssen sie aber als Arbeitnehmer, ja, und liebe Wählerinnen, sie müssen das als arbeitende Menschen, ja, auch bezahlen, ja, und sie zahlen sozusagen viel zu viel über Hartz IV und sollen dann später über bedingungsloses Grundeinkommen noch viel mehr bezahlen, denn am Ende müssen sie das ja bezahlen, ja, das Bezahlen, natürlich kann man versuchen, so viel es geht, die Steuern, auch von Unternehmern und Reichen sozusagen zu erhöhen, aber da gibt es leider organische Grenzen dafür, denn sozusagen Professor Sinn, er mahnt uns immer daran, wir können, wenn wir von den, von den Leistungsträgern der Gesellschaft immer mehr wegnehmen, dann passiert es, dass immer, auch immer mehr davon abwandern, angeblich haben wir ja 200.000 qualifizierte Leute, die und Hochleistungsleute, die Deutschland jedes Jahr verlassen und wenn irgendwann nicht 200.000 jedes Jahr gehen, sondern 500.000, dann sind wir alle irgendwann, alle bettelarm, weil alle Leistungsträger weg sind, also alle Arbeitsplätze, Schaffer, alle Investitionskapital, Halter sozusagen, ihr Investitionskapital aus Deutschland rausziehen und dann werden wir alle bettelarm werden, also deswegen kann man da, darf man es da nicht übertreiben mit der Besteuerung der, sozusagen, der Reichen, weil es da dann Grenzen gibt, wenn die weg sind, ist auch ihr Vermögen weg und dann kriegen wir keine Steuern mehr, dann werden wir alle bettelarm, ne, und von daher, sozusagen, sind die Möglichkeiten begrenzt, das heißt also, wir sollten sprechen über Mini-bedingungsloses Grundeinkommen versus Mini-Hartz-IV, ja, das sind die Dinge als Mindesteinkommen, ja, darüber sollten wir sprechen, auch dadurch werden dann, wenn ja alle arbeiten, werden natürlich alle wieder viel reicher, weil am Ende wird wahrscheinlich niemand mehr das Mini-BGE oder Mini-Hartz-IV brauchen, weil alle in Arbeit sind, ja, und dann, dann können wir uns diesen Kostenfaktor ja einsparen und alle werden wieder mehr verdienen, ne, und ja, und von daher, und Verwöhnung, wie hält man die Leute noch fest, ja, wir lassen es zu, dass Menschen in Mülltonnen wühlen, dass sie Containern, dass sie in Müllcontainern rumkrabbeln und in dem Dreck wühlen, bald wollen wir es vielleicht noch zulassen, dass Kinder auf Müll halten, leben und wohnen und sich dort ernähren, im Müll essen, vom Müll essen und, und so weiter, wollen wir wirklich solch eine Welt werden hier in, in Deutschland oder wollen wir nicht doch eine wirklich soziale und linke Politik machen und sagen, wir machen, wir machen die ganze Verwöhnung weg, ja, weil die auch die Leute nur festhält in der Arbeitslosigkeit und motiviert, wir müssen also, niemand darf sich, darf sich noch, darf noch was rausnehmen aus Mülleimern, Containern, Müllcontainern aus, es darf auch nichts mehr weggeworfen werden von den, von den Supermärkten, dann gibt es auch nichts mehr in den Containern zu Containern sozusagen, es gibt auch keine Tafeln mehr, weil dann, weil die Lebensmittelhändler werden gezwungen, sie müssen alles verkaufen und zwar zu niedrigen Preisen, also sozusagen alles, was sich dem Verfall nähert, müssen sie dann halt spottbillig verkaufen, es darf nichts mehr weggeworfen werden und im Zweifelsfall müssen die Mitarbeiter die letzten Dinge kaufen und wenn die Mitarbeiter schlampen und etwas verschimmelt, dann müssen sie das Verschimmelte kaufen und dürfen es dann zu Hause wegwerfen, aber nicht, es gibt keine eigenen Müllcontainer mehr für die, für Essabfälle bei Supermärkten, ja, das heißt also, wir wollen null, null weggeworfene Nahrung mehr, ja, und wenn die Mitarbeiter der Supermärkte die im Zweifelsfall am Ende selber kaufen müssen, dann werden sie dafür sorgen, dass es auch nichts mehr gibt, was nicht rechtzeitig im Preis so weit gesenkt wurde, dass es seinen Abnehmer gefunden hätte, also nicht seinen Abnehmer gefunden hat, also von daher werden wir null Nebensmittelverschwendung haben, also null Tafeln, null, denn das, was viele Arbeitnehmer gar nicht wissen, sie können sich heute von Kleiderkammern und Tafeln werden sie so überschüttet mit Kleidung und Lebensmitteln, dass sie keinen Cent ihres Hartz IV verwenden müssen für Essen oder für Kleidung oder ähnliche Dinge, ja, sie kriegen alles geschenkt heutzutage, ja, und von daher auch Sozialkaufhäuser werden umgewandelt, alles wird umgewandelt in Second-Hand-Shops, ja, alles wird verkauft, denn dieser, diese Verwöhnung, alles zu schenken, hält die Leute ja fest, so nach dem Motto, warum soll ich Arbeiten geben, wenn man mich mit Geschenken überschüttet fürs Nicht-Arbeiten, Betteln wird verboten, alles, niemand mehr, wir haben einen Sozialstaat, niemand mehr darf betteln oder einen anderen anbetteln, wird eine ganz strenge Straftat und so weiter, also Schluss mit der Verwöhnung, keine Tafeln, keine, nur noch Second-Hand alles und niedrige Preise in den Supermärkten bei Verfallen, also bei sich dem Verfalldatum nähernden Sachen und so weiter und Null Verwöhnung, also nichts mehr im Müll wühlen, ja, unhygienisch und so weiter, sogar vielleicht seuchenpolitisch bedenklich und und so weiter, nichts mehr Containern, nichts mehr wegwerfen von Lebensmitteln, keine Tafeln, keine Sozialkaufhäuser, alles nur Second-Hand und ja, und dann das Recht auf Wohnen, Null Obdachlosigkeit und so weiter, ja, das ist also, das ist echte soziale Politik und dafür stehen die Next Scientists for Future und ja, das bedeutet also, wir sorgen für Null Arbeitslosigkeit, für Null Obdachlosigkeit, für echte soziale Politik, glückliche, gesunde Menschen, die alle sich empfinden als wertvoller Teil der arbeitenden Gesellschaft und 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 jeder wird mitgenommen, alle werden reintegriert, keine Dauerarbeitslosigkeit, niemand wird auf dem Abstellgleis alleine gelassen und dann der Verwahrlosung überlassen und dient sozusagen als Geldquelle für Sozialspartler und Karrieremöglichkeit für Arbeitsamtmitarbeiter, sondern alle Behörden werden nur belohnt, wenn es allen immer besser geht, also Gutes tun, Ihnen als WählerInnen, als ArbeitnehmerInnen Gutes zu tun, wird wird belohnt bei allen Behörden, die ganzen Verwaltungsbehörden, die städtischen Behörden und so weiter, alle werden Sie Ihre Freunde werden und Ihnen dienen und werden Ihnen Gutes tun und werden Ihnen alles so leicht und unbürokratisch wie möglich machen, denn nur wenn es Ihnen als Menschen und als WählerInnen und als ArbeitnehmerInnen besser geht und Sie immer glücklicher und gesünder und reicher und länger leben sozusagen, dann werden die noch, werden die belohnt werden und das mit sauberer Luft, sauberem Wasser, sauberer Umwelt und so weiter, so viel Naturschutz wie Sie brauchen, um gesünder und länger leben zu können. Aber wir machen auch nicht aus der Natur einen Gott, also dieses, ich habe ja vorhin gesagt, viele kommen zu Ihnen und sagen, wir wollen Ihnen, liebe WählerInnen, Ihnen Ihr Geld wegnehmen und es für einen Umwelt- und Naturschutz benutzen, Tierschutz und für alles Mögliche und für diese Götter, denen wir wollen, einen Gottesdienst dienen, diesen Dingen übermachen, gegenüber machen. So viel Tierschutz und so viel Naturschutz und so viel Erdschutz und so viel Luftschutz und Wasserschutz und so weiter, dass Sie, liebe WählerInnen, liebe ArbeitnehmerInnen, glücklicher, gesünder und länger und reicher leben können. Sie sind das Maß aller Dinge und nicht irgendwelche Spendensammelinteressen irgendwelcher NGOs, die versuchen, möglichst viel Spenden aus Ihnen herauszuleiern mit moralischen Appellen und so weiter. Das müssen wir auch alles unterbinden. Also jede Form von Betteleih, Spendenerbetteleih und so weiter, muss untersagt werden von vornherein. Und die Politiker und die Medien müssen in ihren Dienst gestellt werden, müssen also ihrem Wohlfühlen dienen. Wenn ein Politiker oder ein Journalist nicht mehr ihrem Glück, ihrer Gesundheit, ihrer Langlebigkeit und ihrem Reichtum dient und das bewiesenermaßen, dann wird er keine Karriere mehr machen, dann wird er am Ende sein. Also ja, ich hoffe, wir sollten uns demnächst auch konzentrieren, nur noch darauf, Ihnen als WählerInnen zu sagen, dass wir ihr Leben besser machen wollen und das ganz direkt und das empfehlen wir auch allen Parteien, die wir beraten, nur noch sich darauf zu konzentrieren. Wie kann, wie, was übernimmt die Parteien, übernehmen die Parteien von den externen Reformen, von den insgesamt bisher vorgeschlagenen 17 externen Reformen, von denen ich heute fünf erwähnt habe, sozusagen, was übernehmen die Parteien davon und wie wollen sie das Leben von Ihnen als WählerInnen und ArbeitnehmerInnen und Parteimitgliedern viel gesünder, viel glücklicher, viel länger und so weiter und viel reicher machen. Ja, so viel mal für heute, ja, Tschüssi, bis bald. , und Vielen Dank.